Das Schwerste war, den Mut aufzubringen, es einfach zu tun. Die größten Herausforderungen waren das ganze Thema, wo muss ich was beachten, wo ich so gar nicht in der Frühphase der Gründung mit gerechnet hätte. Es hat sehr geholfen, jemanden zu haben, der da schon viel Erfahrung hat, schon viele Gründungen durchlaufen hat, den man einfach fragen kann. Da fühle ich mich bei der X-Group aufgehoben. Was zeichnet einen erfolgreichen Gründer aus? Wenn du dir diese Frage schon einmal gestellt hast, bist du hier genau richtig bei einer weiteren Ausgabe von Gründergeschichten. Heute zu Gast Dominik Wolaschka. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo, Markus. Magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen, bitte? Ja, mein Name ist Dominik Wolaschka. Ich komme aus dem Raum Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, in der Nähe von Limburg an der Lahn und habe mich im Bereich Qualitätsmanagementberatung selbstständig gemacht. Und was genau machst du in dem Bereich? Ich mache schwerpunktmäßig, komme ich aus dem Automobilbereich, Schwerpunkt des IATF 16949, in dem Aufbau von Management-Systemen nach den Standards IATF beziehungsweise ISO 9001 und unterstütze Unternehmen beim Aufbau des Systems, bei der Optimierung des Systems und bei der Auditierung der Systeme, Management-Systeme. Das waren jetzt relativ viele fachspezifische Begriffe. Wer ist deine übliche Zielgruppe? Die übliche Zielgruppe kommt bei mir aus dem Automobilgeschäft, Automobilzulieferindustrie-Geschäft. Also alles, was irgendwo in einem Auto ist, was hergestellt wird. Sehr global, mehr und mehr geworden in den letzten Jahrzehnten. Und da ist es natürlich wichtig, nicht nur in der Logistik, im Transport, sondern auch in den ganzen Dokumentationen, die Prozesse so aufzubauen, dass alles in dem jeweiligen landesspezifischen Recht und Gesetz konform ist. Was hat dich in so herausfordernden Zeiten wie den jetzigen veranlasst, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und zu gründen? Getreu dem Motto Krisen als Chance nutzen, habe ich gesagt, dadurch, dass jetzt in den letzten zwei Jahren gerade das Vor-Ort-Auditieren und globale Bewerten und Überwachen der Standorte nicht so einfach war, aufgrund der ganzen Reiserestriktionen, aufgrund der ganzen unterschiedlichen länderspezifischen Corona-Regelungen, wird es in den nächsten Jahren da mehr Bedarf geben, weil eben eine Lücke entstanden ist. Und da hoffe ich, in diese Lücke mein Business aufbauen zu können. War es eine eher leichte oder war es eine schwere Entscheidung, den Gang in die Selbstständigkeit zu wagen? Prinzipiell eine leichte. Das Schwerste war, den Mut aufzubringen, es einfach zu tun. Was waren die größten Herausforderungen, die du vor der Gründung und auf dem Weg in die Gründung zu bewältigen hattest? Die größten Herausforderungen waren, durchs Elternhaus bin ich sehr sicherheitsbedacht groß geworden. Und gerade jetzt auch in der Krise, selbst wenn es eine Chance ist, die ich sehe, ist es immer auch ein finanzielles Risiko, was man eingeht, wenn man eine feste Anstellung aufgibt und ein eigenes Unternehmen gründet. Aber eben auch das ganze Formelle. Also Deutschland ist ja bekannt dafür, dass es sehr viel Formalismus gibt. Und an der Stelle waren es eben dieses finanzielle Sicherheiten und den formellen Dschungel zu durchlaufen. Das waren so die Schwierigkeiten, vor denen ich großen Respekt hatte. Was haben die Eltern gesagt jetzt zu deinem Schritt in die Selbstständigkeit? Ich bin immer noch sehr vorsichtig und sie drücken mir die Daumen, aber dadurch, dass meine Eltern im Gastronomiebereich viele Jahre selbstständig waren, ist eben der Leitsatz selbst und ständig begleitet mich immer wieder und kriege ich auch immer wieder gesagt. Was hast du getan und was tust du, damit diese Herausforderungen, die du beschrieben hast, jetzt nicht zum Stolperstein werden? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Da habe ich den Vorteil, ich habe das Thema, den Bereich schon in den letzten fünf Jahren als Angestellter bei anderen Unternehmensberatungsunternehmen betreut oder auch selbst als Mitarbeiter durchgeführt und habe diese zwei Firmen, wo ich tätig war, als Partner mit reingenommen und habe da meine ersten Aufträge, sprich das Thema Sicherheit, gesunden Geldfluss von der einen Stelle habe ich sichergestellt, um mit den restlichen Kapazitäten mein eigenes Business, mein Konzept noch stabiler, noch umfangreicher aufzubauen. Das ist natürlich eine großartige Grundlage. Welche Herausforderungen sind dazugekommen jetzt seit der Gründung? Das ganze Thema betriebswirtschaftlich, also das ganze Thema Steuerrecht, das ganze Thema Kostenabrechnung, das ganze Thema, wo muss ich was beachten, eigenständige Konten führen, auch ein eigenständiges Geschäftskonto führen, so dieses ganze Buch-Altherische, das ist halt dazugekommen. Ich habe in der Vergangenheit meine Reisekostenabrechnung gemacht, habe es in die Finanzbuchhaltung gegeben und dann wird es gemacht und dann war es gut. Da hatte ich nur meine Einkommenssteuer zu machen und jetzt ist es eben mannigfaltig und mehrere Themen, die da rein betriebswirtschaftlich und buchhaltungstechnisch zu machen sind. Was hat dich motiviert, mit einer Beratungsagentur zu arbeiten? Mich hat motiviert ein Gespräch mit einem anderen Gründer, der eben auch gesagt hat, ähnlich wie ich, auch wirklich Bedenken hatte, klappt das finanziell, ist der Markt da, was heißt das von den ganzen Formularien in Deutschland, was muss ich da beachten und er sagte einfach, es hat sehr geholfen, jemanden zu haben, der da schon viel Erfahrung hat, schon viele Gründungen durchlaufen hat, den man einfach fragen kann und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich bei der X-Group aufgehoben, weil einfach viele Referenzen, viele Branchen, Gründungen schon stattgefunden haben und ich einfach sage, ich kann jede Frage stellen und zu jeder Frage kriege ich eine Antwort. Wie bist du genau auf die X-Group aufmerksam geworden? Durch diesen Gründer, also ich habe mit dem anderen Gründer… War eine direkte Weiterempfehlung. Genau, richtig. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Wie war die Zusammenarbeit mit der X-Group? Zusammenarbeit war angefangen schon in den Vorlagen, also dass ich wirklich, über eine Vorlage schon eine Orientierung hatte, was heißt es denn alles, was muss ich denn alles vorbereiten? Also Businessplan hat man schon viel drüber gehört, aber wie genau baut sich dieser auf, was steckt da alles drin, was muss ich da alles reinpacken und auch wie kalkuliere ich das finanziell, um eben auch zu sagen, das ist ein rentables und stabiles Business, was ich da vorhabe. Und das hat eben sehr geholfen, da einen Einstieg zu haben und dann eben aufgrund dieser Vorlagen oder Formulare mit einem roten Faden bis zur Finalisierung des Businessplan und Finanzplans eben da durchgeleitet zu werden und da eben auch einen festen Ansprechpartner zu haben, der mich in der Hauptbetreuung hat und dann aber auch immer wieder die Möglichkeit zu haben, in spezifischen Fragen wie Rechtsfragen, Marketing, Fachexperten noch zusätzlich hinzuzuziehen aus dem Netzwerk eben. Das bedeutet, dieses Konzept mit einem Team zu arbeiten aus verschiedenen Coaches und Beratern, hast du es gut empfunden? Richtig, also einen Hauptansprechpartner zu haben und dann aber immer wieder auch die Möglichkeit, in spezifischen Rechtsfragen zum Beispiel den Experten dazuzuziehen, genau. Wenn du das Coaching nochmal Revue passieren lässt, die Beratungsprozesse Revue passieren lässt, was sind so die drei wichtigsten Learnings, die du daraus mitnimmst? Learnings ist eben gerade im Thema, dass ich auch einen Coach hatte, der eben auch schon in vielen Branchen Gründungen betreut hat, dass ich nochmal andere Blickwinkel gekriegt habe, weil ich doch schon einen sehr starken Fokus auf mein Business, auf meine Themen hatte, wo wir dann aber gemeinsam auch nochmal einen Blick in eine andere Richtung gewagt haben, wo da eventuell Potenziale sind. Das zweite ist, wie baue ich sowas strukturiert auf, also wie baue ich so einen Businessplan in der Struktur auf, was muss da drinstehen, wie mache ich eine saubere Recherche und wo beende ich auch eine Recherche, weil man kann sich ja im Internet auch tot recherchieren, ohne dann am Ende irgendwie noch mehr Wert rauszuziehen. Und das dritte ist eben die Persönlichkeit, also wirklich dieses Persönliche des Rechtsberaters, des Coaches, den ich hatte, so die eigenen Erfahrungen und die eigenen Learnings mitzunehmen. Das war wirklich hilfreich. Die Zusammenarbeit hat ausschließlich online stattgefunden. Wie hast du es empfunden, das Coaching komplett remote online durchzuführen? Es ist möglich, auf jeden Fall das Ganze online und remote zu machen, wobei ich es im Coaching schon immer wichtig finde, dass man auch den Coach mal persönlich kennengelernt hat. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, gerade im Coaching, wo man ja auch viel in die Empathie oder auch in die Gefühlswelt ein Stück weit rein muss, das muss eben passen, also der Coach muss zum Coaching passen, hilft es schon, wenn man da die Möglichkeit hat. Und das kann ich eben nur empfehlen, dass wenn diese Betreuungen sind, irgendwie zu versuchen, auch den Coach mal persönlich kennenzulernen. Wie bist du mit dieser Herausforderung dann in der jetzigen Situation umgegangen? Wir haben einfach versucht, in den Gesprächen über auch, was hat der Coach gemacht, wo kommt der Coach her, regional, wie aber auch aus welchem Business, da über Erfahrungsaustausch, über Sprechen, wo ist man selbst, wo ist der Coach im Leben bzw. im Business aufgestellt, über Reden mehr zu erfragen und mehr da eine Wellenlänge aufzubauen. Wie planst du das für dein zukünftiges Geschäft? Das ist für mein Geschäft das Gleiche, dass ich wirklich sage, ein gutes Remote-Konzept aufbauen, also gerade was Klangqualität, Verbindungsqualität, die vernünftige Software im Hintergrund zu haben, aber trotzdem immer wieder, wie auch jetzt mit meinen Kunden und wenn es im öffentlichen Raum ist, sich auf einen Kaffee oder auf einen Lunch zu treffen und wenigstens mal ein Gefühl füreinander zu kriegen, was auch das Persönliche angeht. Ja, klasse. Was sind drei Tipps, die du anderen Gründern aus deiner jetzigen Perspektive mit auf den Weg geben würdest? Erster Tipp ist, nicht so viel verrückt machen, was hinten rauskommen soll, sondern einfach anfangen. Zweiter Tipp, auch Pausen machen. Also wenn man merkt, dass man so ein bisschen übersteuert und einfach sich ein bisschen verrückt macht, so ging es mir zumindest, einfach mal einen Tag Pause machen, wo man nichts mit seinem Business macht. Das ist völlig okay, weil es ist ein kreativer Prozess und da braucht man auch mal eine Pause. Und das Dritte ist, ins Gespräch kommen mit anderen Gründern, mit anderen Firmeninhabern. Einfach aufsaugen, was geht, um es entweder ins eigene Business zu integrieren oder einfach mal einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Das heißt, anfangen, Pause machen, wenn sie sein soll und in die Kommunikation gehen, ins Gespräch kommen. Genau. Du bist über einen Beratungsgutschein zu uns gekommen. Jawohl, genau. Über diesen AVGS-Gutschein, wo auch ich eben die ersten Informationen über die Internetplattform gekriegt habe, wie man sowas aufbaut und was sowas bringen kann. Empfiehlst du anderen Gründern, so einen Gutschein zu nutzen? Auf jeden Fall. Also für mich war es halt wirklich eine Orientierung oder auch ein erster Schritt, meine finanzielle Sicherheit über eben das Amt auch nochmal abzusichern, weil ich eben da finanzielle Unterstützung kriege, wo ich dann persönlich mit meinen finanziellen Mitteln nicht in den Vorschuss gehen muss. Wie bist du zu diesem Gutschein gekommen? Ich habe mir das auf der Internetseite der X-Group angeschaut und dann in einem persönlichen Beratungsgespräch, in dem Erstgespräch wurde ich dann quasi beraten, wie ich das am besten machen muss, beziehungsweise auf was zu achten ist mit meinen aktuellen Rahmenbedingungen, die ich hatte. Beantragst du auch Gründungszuschuss, was viele Gründer tun, die von der Agentur kommen? Auf jeden Fall. Also ich bin ja quasi in die Arbeitslosigkeit gekündigt nach meiner Festanstellung, bin im ALG 1 und will auf jeden Fall auch gucken, den Gründungszuschuss zu beantragen und auch zu bekommen. Sollte mein Business besser laufen, wie ich es aktuell plane, dann kriege ich ihn nicht, aber dann habe ich eben zumindest den Puffer, die Option, wenn das Business auch jetzt wieder durch die gestiegenen Corona-Restriktionen vielleicht doch nicht optimal anläuft, wie es geplant ist, habe ich immer noch einen Rückhalt, was finanzielle Sicherheit angeht. Was waren die größten Erfolge, seit du gestartet bist? Die größten Erfolge waren, ich bin quasi mit einem Partnervertrag schon eingestiegen und habe innerhalb von kürzester Zeit quasi noch im Aufbau des Businessplans und Finanzplans und der Gründung weitere Partnerverträge dazubekommen, wo ich so gar nicht in der Frühphase der Gründung mit gerechnet hätte und wo jetzt dann auch aktiv schon durch die Möglichkeit des Remote die Aufträge gestartet sind und ich eben wirklich dann auch Umsatz generieren kann, der so in der Frühphase der Gründung gar nicht geplant war. Was sind aktuell deine größten Herausforderungen? Aktuelle größte Herausforderung ist gerade wieder durch die Corona-Restriktionen, gerade was das Reisen angeht, in die aktive Akquise vor Ort bei den Kunden zu kommen. Also ich habe immer noch das Problem, dass ich in viele Firmen nicht reinkomme, dass vieles nur über Telefon oder E-Mail läuft und da kann man eben doch nicht so eine enge Bindung zu den Kunden aufbauen, wie wenn man persönlich vor Ort sein kann. Wie löst du das aktuell? Wie gehst du damit um? Ich versuche alle Reisen, die ich im Moment habe, dann eben auf privaten Lunches oder Frühstückstreffen zu machen, um eben dann im öffentlichen Raum wenigstens einen Kontakt zu den Entscheidern aufzubauen. Unser Zuseher interessiert sicher noch, wie finden sie dich? Wie können sie dich kontaktieren, wenn sie mit dir in Kontakt kommen wollen? Ich habe eine Website, das ist die www.wolaschka.net bzw. per Mail dominik.wolaschka.net bin ich zu erreichen, aber auch in den Social Medias über Sing und LinkedIn jederzeit erreichbar und einzusehen, wo ich bin, wer ich bin und was ich bieten kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drück den Like-Button und abonniere den Kanal, um auch zukünftige Gründergeschichten zu erhalten. Wenn du Fragen zu deiner Gründung oder deinem Startup hast, stell sie gerne in den Kommentarfeldern. Dort findest du auch die Kontaktdaten von Dominik. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.